Hallo und herzlichst Willkommen zurück zur 30. Folge und so ist es jetzt Plays zum Mass Effect 2 ich habe jetzt wieder so weit gespielt dass wir hier davor sind mit Gareth zu reden wegen den Leuten die dann unten durch kommen. Das können wir weg machen blablabla. Gareth. Und jetzt. Das kommen ja eigentlich alles. Ich lasse sie nicht da. Ich lasse sie nicht allein. Miranda bleibt. Ich bin dran. Können wir sogar jetzt noch speichern. Aber ist nicht so wichtig. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen gespielt schnell und gespeichert und gerade noch mal geladen gehabt und dann passt das ja. Denn das erste Ding zu machen wissen wir ja wie es geht. Das wäre ganz einfach. Ja. 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 Check, das ist alles, was wir uns filmen haben. Ich will dich! Damn, du Fuss-Shields! Find the large shutters and seal them! Zack, und... Oh je je, ich muss aufpassen. Oh oh, wie er sichtbar. Ja, das war nix. Bin ich wieder zu unvorsichtig gewesen. Ja, irgendwie stell ich mich an der Stelle ein bisschen blöd an. Aber nur ein bisschen. So. Kommen wir nochmal an. Wir haben noch ein bisschen blöd an. Vielleicht. Aber sie kommen noch nicht über die Brücke. Was war das? Na ja. Na ja, sie mussten irgendwann ihre Gehirn nutzen. Lass uns das machen. Sind wir sicher? Wer weiß, was du da findest. Wir sind da unten. Danke, Shepard. Guten Glück. Zack. Können wir ja nochmal speichern, schnell. Hör. Oh, jetzt hab ich ne neun Speichernummer. Ist aber egal. Sind es halt vier. Ähm. Passt nämlich von der Folgennummer eh nicht mehr mit den Speicherstimmen. Das war nicht das Gute am Anfang. Da, da, nämlich die Folgennummer perfekt mit der ähm. Mh. Nur mal der Speicherstand. Das ist zusammengepasst. Ist egal. Oh, lol. Ich bin hier hingescadpt. Ich bin hier. Ah. Ich bin hier. Zum. er kommt warum rennen die einfach an mir vorbei ja komm fiktische können die, können die überhaupt was als wäre ich von denen natürlich wieder voll zurückgedrängt ich war schon fast durch ich war eigentlich schon durch und dann kommt eingehender und vermasselt mir mein Gott ich bin schon wieder tot alter warum muss der auch in dem dos stehen dass ich das nicht zu machen kann naja wie hat mich das glaube ich wieder angekotzt denn dann kommt natürlich der eine dumme krogan und der tötet eh alles weil die eh so viel aushalten die stelle nervt hab ich gar nicht so bescheuert in erinnerung so so rennen die 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 Schuss Ah, jetzt bewegt sich ja Stopp Ja, überleb halt den Kopfschuss Wir haben ihn blockiert Was blockiert das denn die ganze Zeit? Oh, ey Vorhin ist das einfach zugekommen Das ist voll ignoriert Oh, aber jetzt kommen wir in die Kamera Oh Leute, das machen nur einen Schaden Warum auch nicht Eins ist die Superwaffe, die ich habe Und die machen natürlich keinen Schaden Oh Oh Krogan's Guardate Oh Jetzt kommt zumindest keine Ahnung Ich mache noch einen Druck Ich nehme etwas Feuer, aber ich bin okay So, weiter So, weiter Noch mal an diese Steuerung mit diesem Leertaste drücken Aber wir müssen ja auch so 5000 von diesen Dinger sein Vor allem das geil ist Ich habe ja fast keine Munition mehr Ich kann ja mal nur das nutzen Oh, ja Ne, wir morden den Und wir werden mit dem Stimmen rumstehen Jetzt werden wir sagen, wo die alle herkommen Ja, auch noch ein Barrel Oh Wo kommt der denn hier? Ist doch keiner in uns verwegen Oh Ladenblockiert, warum? Ey, jetzt könnte ich mich nicht nachdenken Lauf doch nicht dauernd durch die Drecksfege Meine Fresse Endlich Endlich Meine Güte Endlich Die Stelle gerade einschätzen Ah, rippt sie zu Schrauben Schau mal zurück Ich werde mit dem Archeid Nix gibt's Ja, danke Ich werde mit Muni oder so Oh, Scheiße Ich cheate Oh, Scheiße Oh, ah Oh 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 O Oh 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 No Ich helfe dir ja schon Ja Ich helfe dir ja schon Nein, echt Oh Oh Ich helfe dir ja schon Alter! Ohne mit dem Sniper in Mass Effect hast du nichts zu gebrauchen. Panzerhung kann nicht. Achzu! Ich schiebe jetzt ein Baguio. Das ist jetzt mein letztes Mega-Check. So meine Güte, gehen die mir auf den Keks. Wo haben wir es jetzt mal? Es fehlt glaube ich doch noch einer. Ich glaube es müsste mit der Folge passen. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen Munition holen und dann speichern. So. Speichern. So. Ja. Das war die 31. Folge. Und das was Plays zu Mass Effect 2. Guck mich so dumme in die Kamera. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Livemaker. Over. And out. Untertitelung des ZDF, 2020